Pascal, wie war es bei dir zu Hause, in deinem Heimat die Flühe durchzufahren? Ja, das ist einmalig. Das erste Mal ist ein Rennen. Ich bin bei mir die Flühe durchgegangen, es hat viele Leute geschaut, die wir aufgeführt haben und die wir verpflegt haben. Auf der Strasse stand sogar die Hopp-Askie. Es war wirklich cool.